Das alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Es ist wieder mal soweit. Der Gleichsatzkanal öffnet seine Pforten. Zur Folge 14 der munteren philosophischen Trilogie Abstraktionen Nominalismus Sprachkritik. Am Start ist die Nummer 77. Der Autor ein William S. Haas, Westliches und Östliches Denken. Ich zitiere, der Objektivierungsvorgang und seine Objekthaftigkeit ist das entscheidende Merkmal des westlichen Geistes. Es ist der Begriff, der das Objekt im wesentlichen Sinn möglich macht. Genau wie der Begriff selbst auf der objektiven Struktur des westlichen Geistes beruht. Hier haben wir jetzt eine etwas andere Sichtweise. Objektivierung wird mit Objekthaftigkeit in einer Linie genannt, was jetzt weniger etwas mit Allgemeingültigkeit zu tun hat, sondern einfach die Sichtweise des Dinghaften, überall Dinge und dann auch Personen zu betrachten, zu bevorzugen. Als Aufhänger sozusagen im Satz des Subjekts spielt die Hauptrolle weniger, was da passiert, sondern dass eben ein Subjekt immer am Werk ist, in Form eines Objektes, an dem sich alles weitere aufhängen lässt und dass dann so etwas wie eine objektivierte Struktur, jetzt weniger im Sinne der Allgemeinheit, obwohl das natürlich auch zutrifft, dass die Rationalität des westlichen, sogenannten westlichen Geistes, das ist in erster Linie, wird in erster Linie die wissenschaftliche Methode verstanden, die von Allgemeingültigkeit geprägt ist. Hier erinnere ich nochmal an das vorgezogene Zitat, schon mal erwähnt, in Bezug auf die Sprache, sodass es den alten Griechen mehr oder weniger zu verdanken ist, dass sich eine Sprache des Seins oder des Ist-Zustandes, die nach einem Ist-Zustand, eine Sprache des Ist ausgeprägt ist, in diesem westlichen, rationalen Geist. Und im Gegensatz zu anderen Sprachen, wie schon erwähnt, der arabischen, dass da eben mehr die Willenskomponente im Vordergrund steht, dass da viel mehr häufiger zum Ausdruck kommt, was gewollt wird. Jetzt ganz zu schweigen von der chinesischen Zeichensprache, die wieder ganz andere Eigentümlichkeiten aufweist. Ich werde jetzt da nicht tiefer einsteigen, aber um das ein Bewusstsein in Bezug auf die sprachlichen Prozesse zu lenken, muss das eben genügen. Es sind wieder so klassische, allgemeine, objektivistische Aussagen, als ob das an sich jetzt in dieser verallgemeinerten Form unbedingt auf jeden Einzelnen zutreffen muss. Das ist wieder die Frage. Das sind alles so statistische Aussagen, aber als Hinweis, darüber nachzudenken, den eigenen Sprachgebrauch zu reflektieren, allemal gut genug. Es geht weiter mit der Nummer 78. Die formale Logik ist nur dann sinnvoll, wenn es allen Menschen gemeinsame abstrakte Begriffe gibt. Ja, aber das ist eigentlich auch nicht der Punkt mit der formalen Logik, weil die entscheidende Frage ist die, inwieweit ein Begriff eine Beziehung zur sogenannten Realität oder den Sachen, einem Ding hat. Und die wird hier auch nicht berührt. Dieses Problem wird dadurch umgangen und ist auch seit der Aufklärung oder seitdem irgendjemand die Idee in die Welt gesetzt hat, dass es ein allen Menschen prinzipiell tendenziell zur Verfügung stehendes Verstandesvermögen gibt, das dann auch über diese gemeinsamen abstrakten Begriffe verfügt, auch gemeinsam über abstrakte Begriffe verfügt, sodass die Frage nicht mehr gestellt werden muss, inwieweit jetzt tatsächlich ein Begriff mit der Realität etwas zu tun hat, weil ja allgemein derselbe Sprachgebrauch herrscht und wenn auch illusionäre Kommunikation, Verständigung stattfindet, und da ist dann die Frage eben, ja, wenn alle sich so wunderbar verstehen, weswegen soll man dann hier ein Wässerlein trüben? Ja, die Ideen eines Bewusstseins überhaupt, die hat auch Kant oder überhaupt wird es in, wenn ein Rationalismus oder ein Positivismus betrieben wird, dann basiert es immer auf einem allgemeingültigen Verständnis, als Definition von Begriffen, die dann anzunehmen, anzuerkennen sind, wodurch dann das eigentliche erkenntnistheoretische Problem umgangen wird, und es ist nicht mehr die Frage, mit welchem Recht die Christio Juris ist irrelevant. Da gelten nur noch die Fakten und von denen auch nur das, was eben dogmatisch als solche erklärt werden, ein Empirismus, von dem behauptet wird, dass eine unmittelbare Erfahrung möglich ist und der ganze Sums eben. Die formale Logik, würde ich jetzt mal so sagen, ist nur dann sinnvoll, wenn ein Verständnis über die Begriffe, die Anwendung der Begriffe oder den Zusammenhang des Begriffs, in welcher Bedeutung ein Begriff in einer bestimmten Situation angewendet wird, dann kann und soll sogar auch auf Widerspruchsfreiheit und Folgerichtigkeit geachtet werden, damit das Ganze auch eine Konsequenz hat, die dann auch ein Verpflichtetsein, eine Verbindlichkeit gegenüber diesen Begriffen beinhaltet. Aber ohne dieses Verständnis, es können auch definierte Begriffe sein, wenn es in bestimmten Situationen sinnvoll ist, die anzuwenden wie ein Werkzeug, ist dagegen nichts einzuwenden, und bloß ist eben Vorsicht geboten, hier diese Methode als allgemeingültige zu verstehen und deshalb auf alle möglichen anderen Situationen zu übertragen und dann zu erwarten, dass der gleiche Erfolg und Nutzen erzielt wird. Es ist die durch die Allgemeingültigkeit der Begriffe behauptete allgemeine Verbreitung, die suggeriert, soll eine Notwendigkeit suggerieren und eine Alternativlosigkeit, sodass das Denken dann in eine ganz bestimmte Richtung gedrängt wird. Das ist der Sinn und Zweck von der ganzen Geschichte. Es ist eine Vorgabe, der dann andere auch zu folgen haben, im Sinne desjenigen, der diese Begriffe dann so aufstellt oder eben dann die Notwendigkeit behauptet und damit die Zustimmung, die Anerkennung fordert. Und in vielen Fällen, also bisher war das mit dem ganzen Objektivitätszirkus immer der Fall, dass die Masse der Menschen das aufgrund fehlender Urteilskraft eben immer geglaubt hat und keinen Grund gesehen, das ganze System anzuzweifeln. System des Gesetzes und der Allgemeinheit. Hier sind wir bei der nächsten Nummer. Das ist eine Linie. Begriff Gesetz oder Allgemeinheit, Begriff Gesetz oder so. Begriff Allgemeinheit, Objektivität, Gesetz. Am Schluss steht das Gesetz und nicht nur das Naturgesetz, das wissenschaftliche Naturgesetz, sondern dann auch das politische Gesetz, die weit weniger ihren Ursprung in politischer Gesetzgebung und dann Wahlhandlungen ihren Ursprung haben, sondern sich ganz anders herleiten und ganz anders begründen. Die Zustimmung ist dann wieder eine andere Geschichte. Alles mehr oder weniger Behauptungen, dass der Mensch an sich frei geboren ist und was da alles an Naturrecht herumschwirrt, im positiven, jetzt gesetzten Recht und in den Artikeln der Verfassung. Das hart alles einer gründlicheren Untersuchung nach Prüfung, nach Legitimität. Daran besteht kein Interesse, da sieht man keine Notwendigkeit darin, weil ja anscheinend alles in bester Ordnung ist. Es geht weiter mit der Nummer 80. Zwei Bände, Philosophie als Sprachkritik im 19. Jahrhundert, auch sehr verdienstvoll, von Siegfried Josef, glaube ich, Schmidt. Diese Zusammenstellung war gerade in der 68er-Bewegung ein wertvolles Mittel, Quelle, um sich von den üblichen Ideologien zu emanzipieren. Gustav Gerber wurde da ausgegraben und Otto Friedrich Gruppe, um nur zwei zu nennen, Friedrich Max Müller, ein anderer. Ohne das Wort würde jede Gestaltung zerfließen, ehe sie ins Bewusstsein getreten. Sie fände in der ausdehnungslosen Seele keinen Ort. Es wird etwas poetisch beschrieben, wie das Wort sich gestaltet, beziehungsweise eben nicht gestaltet und zerfließt in eine ausdehnungslose Seele. Was haben wir darunter zu verstehen? Ausdehnungslose Seele? Es sind diese Seelen, die verirrt, umherirren und keinen Halt finden, weil sie von einer Vorstellung zur anderen jagen. Erst durch das Wort Klarheit finden, Gestaltung, Ordnung. Und es ist auch nichts gegen Worte zu sagen. Bloß darf eben das Wort nicht mit Wahrheit verwechselt werden. Wie das in der Regel geschieht, da ist keine Differenzierung da. Da ist das Wort gleich, das Wort Wahrheit ist gleichbedeutend mit der Wahrheit. Da ist bei Otto Normalverbraucher kein Abstand dazu, kein Bewusstsein, kein Sprachbewusstsein. Da gibt es nur ein ganz natürliches Misstrauen gegen gerade solche Begriffe. macht sich dann eine Glaubwürdigkeit, eine fehlende Glaubwürdigkeit breit, aber das ist alles andere als ein Sprachbewusstsein. Und jetzt geht es weiter nach einem kurzen Blick, zwei Drittel der Zeit. Nummer 81, die Unmöglichkeit, die Wirklichkeit so, wie sie ist, in Begriffe zu fassen, führt zur Behauptung der Irrationalität der empirischen Wirklichkeit. Also Irrationalität ist ein Kampfbegriff der Rationalisten, die damit die Subjektivisten oder beziehungsweise den Skeptizismus denunzieren, würden die Marxisten sagen, von was hier die Rede ist. Es ist unter einer voraussetzungsfreien Auffassung der ganzen Geschichte ohne Vorurteile hat man es mit einem etwas zu tun, das ungeformt und eigentlich auch gar nicht in irgendwelche Begriffe fassbar sodass ein irgendetwas noch weniger Begrifflichkeit hier zum Ausdruck bringt, dass sich dem menschlichen Erkenntnis Vermögen entzieht und zwar prinzipiell und per se. Es gibt rational aufweisbare Grenzen der Verstandesmöglichkeiten, der Verstandesbegreifbarkeit eben allein schon durch die Sprache, aber aber auch dadurch, dass sich ein Verstand nicht selber beobachten kann. Da ist zwar viel möglich, aber es ist alles andere als jetzt diese behauptete objektivistische Parteilosigkeit und Wertfreiheit ist bei keiner Selbstbeobachtung gegeben. Die hat zwar ihre Vorteile und es gibt da zwar Hinweise auch, aber anzunehmen hier auf dem Weg zu einer objektiven Einschätzung der ganzen Geschichte zu kommen, das ist ein Wunschglaube, eine Illusion von dem hier, von der Unmöglichkeit, die Wirklichkeit so wie sie ist, das ist eigentlich der Grundgedanke des Skeptizismus und in der Konsequenz heißt das, dass kein objektives Erkennen möglich ist. Es gibt nur subjektive Erkenntnis, wenn man das so nennen will, in Bezug auf einen individuellen Nutzen oder das, was der Einzelne, ein ganz konkretes Subjekt unter einem Nutzen versteht, auch unter Einbegreifen sämtlicher Verstandes Möglichkeiten und Folgerichtigkeiten gebrauchter Logik und was du willst, aber eben dennoch bleibt immer die Meinung eines ganz bestimmten Menschen, von der aus kein logischer Weg zu einer Allgemeingültigkeit führt, anders als das eben ein anderer dem zustimmt, aber dann auch nur in ganz bestimmten Punkten, weil ihm als Ganzes seine Anschauung fassen fassen zu können vermag nicht einmal der Einzelne selber, weil immer Punkte weniger reflektiert sind als andere und es ist nur eine Frage der Zeit, wie eben etwas besser durchdacht wird und so ändert sich schon die Anschauung, also es wird nie eine zwei gleiche Weltanschauungen geben und an diesem Markstein sage ich einmal scheiden sich dann die Geister, da sind die zwei grundsätzlich gegensätzlichen Parteien, die einander Feind sind, da darf man sich nichts vormachen, da gibt es auch keine Harmonisierung, keine Möglichkeit auf logische Art und Weise, da kann es nur einen geben, um jetzt mal den Highlander zu zitieren, wohlgemerkt in logischer Hinsicht auf ethischem Gebiet sind alle möglichen Bündnisse möglich, aufgrund irgendwelcher Konstellationen, irgendwelcher Nutzenvorstellungen, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, mit der logischen Unklarheit, gibt man im Grunde genommen seinen Verstand preis und in dieser Hinsicht Kompromisse einzugehen ist eigentlich nicht nur eigentlich, sondern mit Sicherheit sinnlos. Es kommt dabei kein Ergebnis heraus, als kein anderes Ergebnis heraus, als ist, dass man seinen Verstand an den Nagel hängen kann. Deshalb muss dieser Kampf auch ausgefochten werden, bis zum bitteren Ende, bis kein Objektivist mehr maßgeblich an der Regierungsbildung beteiligt ist, sage ich mal. Ich bilde mir jetzt nicht ein, diesen naiven Glauben in nächster Zeit, sprich die nächsten Jahrhunderte vollkommen auszurotten, aber dass die Objektivisten nicht mehr das Sagen haben, so weit muss es kommen. Und zwar schon in den nächsten Generationen, um überhaupt die nötigen Veränderungen theoretisch möglich zu machen. Weil der Zustand jetzt ist eine Sackgasse beziehungsweise ein endloses gegeneinander, endloses, sinnloses gegeneinander, gleichbedeutend mit seinem Verstand an den Haken hängen. Aber das war jetzt die Nummer 81. Es geht weiter nochmal mit besagten Gustav Gigi Gerber die Sprache als Kunst, als Technik. Was Kant als Kritik der reinen Vernunft zu untersuchen begann ist fortzuführen als Kritik der unreinen Vernunft, als Kritik der Sprache. Weswegen unreinen Vernunft, das erschließt sich mir jetzt nicht, weil ja die reine Vernunft auch nur aus Sprache besteht. Aber in dieser objektivistischen Fassung kann ich das auch nicht stehen lassen, weil der Punkt ist der, dass dem Objektivismus der Garaus bereitet wird. Und Erkenntnis, Wahrheit und Wissen ausschließlich auf einem subjektiven Standpunkt, von einem subjektiven Standpunkt, von einer subjektiven Auffassung aus möglich sind, wenn man diese Begriffe noch weiter gebrauchen will. Und es bietet sich also jetzt diese Begriffe abzuschaffen, dann rechne ich evolutionär noch mal ein paar Jahrhunderte dazu, bis sich dann andere Begriffe oder eine Sprache ohne diese Abstraktionen allgemein gesetzt hat. die Kritik der Sprache ist ganz wesentlich, aber eben nicht im Sinne von jetzt irgendwie grammatikalisch irgendwelche Kommas oder Formulierungen auf ihre Äquivokationen und was es da nicht alles gibt zu vereinseitigen. Das ist nur macht alles nur Sinn, wenn das grundsätzliche Problem und das in ethischer Hinsicht mit einfließt in die ganze Geschichte, dass eben Worte das eine Verpflichtung jeder der spricht eine Verpflichtung der Bedeutung der Worte gegenüber eingeht. Es wie ein Vertrag der geschlossen wird im Handel von Worten mit anderen und damit ist jetzt meine Zeit vorbei jetzt könnte ich noch schnell den 83 abhandeln aber das spare ich mir für die nächste Folge die Folge 15 dann mit der Nummer 83 für dieses Mal Peace Out werden Deadpool $26 ab die die Bis zum nächsten Mal.